Es geht über Sadomaso und wie die Kritiker, die Kritiker so geschrieben haben. Ja, gut. Juhu, spiel mit dem Feuer. War es echt? Ich hatte doch schon welche. Ja, hallo. Also die Kritiker haben auf jeden Fall geschrieben, ja, war ganz nett. Und die Schauspielerin, wie heißt sie, Dakota Johnson, 25, die soll wirklich brilliert haben in ihrer Rolle. Und, ja, gut. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich kenne die selbst nicht. Die hat anscheinend noch in anderen Spielen mitgemacht, die, ja, keine Ahnung, irgendein Blockbuster hat die, glaube ich, noch mitgemacht, ne? Kann sein. Warte mal, ich muss auch einen Schluck trinken. Hallo, Freunde. Na, alles klar? Also der Spawner ist hier richtig gut platziert, finde ich. Der ist richtig gut platziert, ne? Da kann nichts abhauen und so. Wir haben jetzt vier Lohnruhen. Noch drei Minuten Schutz. Okay, passt. Ich hole mir noch ein paar mehr, ne? Also dürft ihr ja nicht, dürftet ihr ja auch nicht böse drum sein, ne? Na, hey. Du. Ach, toll. Naja. Da weg, da weg. Na, da hinten wird wahrscheinlich auch noch eine liegen. Oder? Ne, da liegen bloß XP-Pobel. Na, macht nichts. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, ein Pilz. Sauber, ein Pilz. Na, ich mal hier ein bisschen Ordnung machen. Das gibt es sogar nicht. Oh, toll, kaputt. Da. Nummer acht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie viel haben wir noch? 2,46. Okay. Ich muss da immer drauf achten, ne? Dass ich dann hier anfange zu brennen. Ja, ähm. Also die Kritiken waren wirklich ein bisschen, ja, zu durchweg ganz gut. Und, äh, es wird aber wahrscheinlich auch ein falsches Bild von, äh, SM irgendwie, äh, gezeigt. Haben jedenfalls auch die Kritiker gesagt, ne? Also, ach so, da brennst du. Okay. Mach ich mal aus. Ähm. Was haben sie geschrieben? Oh, hey. Hallo. Was soll denn das? Das geht aber gar nicht. Junge. Was haben sie geschrieben? Ja, äh, falsches Bild von SM. Angst überwiegend und sowas. Und kann geheilt werden durch, äh, wahre Liebe. Und muss man genauso heilen wie Homosexualität, ne? So. In etwa. Also, ne. Muss, muss man nicht. Man muss weder, äh, SM-Fetischisten heilen, noch muss man irgendwie Homosexualität heilen. Also, hallo? Jungs, Mädels, was ist denn los? Also, ich weiß auch nicht, was die Kritiker da, ähm, geraucht haben oder nicht. Hätten wir wahrscheinlich auch mehr nehmen müssen. Naja. Ähm. Ja, ansonsten. Die, die dümmste romantische Geschichte der neueren Popkultur, ne? Wir leben ja in einer Popkultur. 1,27. Ja, gut, das passt noch. Und, äh, das hat die Dakota Johnson eigentlich glaubwürdig, äh, rübergebracht, ne? So, ähm. Ne, die Glaubwürdigkeit von der war recht gut und so. Und, ja. Kann man eigentlich nicht meckern. Also, jetzt laut Kritik, ne? Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, cool. Na? Hast du jetzt Fall... Ne, hast du nichts. Warum nicht? Du? Ne, auch nicht. Schade. So, was haben wir noch? 59 Sekunden. Ja, gut. Ah, hallo. Warte, das sind jetzt die zwei letzten. Jawohl. Warte, elf Stück haben wir. Das reicht. Mal so, ich muss gucken. Hallo. Oh, und wird das Skilett? Den hole ich mir auch noch. Ah, nur ein Knochen. Oh, 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 oh. Das ist okay, wenn der Wetter kommt. Ach, verdammt. Wieder eine Kohle. Naja, egal. So, was haben wir noch? Ah, 25 Sekunden. Ja, ist doch gut. Zombie. So, ich glaube, wir sind hier rum, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Doch. Ja, ist immer. Ja. Mann, 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 Mann. So, da ist die Kiste, genau. Aber jetzt muss ich hier irgendwo noch eine Fackel an der Wand suchen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Rückweg gefunden. Da geht's runter. Gut. Und hier könnte man den Seelensand auch irgendwann mal austauschen. So, gegen, 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 äh, normalen Stone, damit man da auch schön laufen kann. So. Ach komm, den einen Pils nehme ich noch mit. Jetzt bloß aufpassen, dass ich keine Zombie-Pigment haue, weil mit elf Blaze-Rods würde ich gerne nach Hause kommen. Ist das auch der Nachhause-Weg? Okay, ist das doch nicht. Oh, ein Huhn. Ah, komm mal. Guck, oh, guck. Ey, guck. Guck, schau an. Ich glaube, mein Orientierungssinn, der, äh, ja, fast. Äh, ich hätte es nicht so früh sagen sollen. Na. Na ja, na ja. Ja, ja gut, äh, die positive Kritik, die hat, äh, natürlich überwogen, aber es gab natürlich auch, äh, schlechte Kritik, ne? So wie, äh. Ey. Macht denn der da drin? Naja. Äh, was haben sie geschrieben? Ja, so von wegen, ja, ähm. Äh, 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 fehlende Erotik und so und da habe ich mir dann so im Stillen gedacht, äh, ja, wenn es dann eben so ist, dann ist es eben so, ne? Ähm, da kommt den aber noch mit. Noch irgendwas mitnehmen? Äh. Okay. Ha, halt, den nimm mal mit. Guck mal da noch was. Eine Tür. Sauber. Zwei Eimer. Mhm, passt. Und, da oben? Kohle, Kohle, Kohle. Okay. Ja, jetzt habe ich nur Kohle rausbekommen von den blöden Wither-Skeletten. Na, schade. Ey. Du, nicht? Ja. Hast schon richtig verstanden. Ich springe jetzt nicht rein. So, jetzt haben wir bekommen. Gold Nugget. Cool. Gold Nugget, ja. Okay. So. Jetzt haben wir noch elf Lohnrouten. Toll. Super. Da kann, dann, 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 doch, dann schmeiße ich meinen Pläne um. Wir gehen jetzt auf die Suche nach dem Ende. Aber nur auf die Suche, ne? Also ich möchte jetzt heute nicht ins Ende gehen. Um Gottes Willen, ich bin dafür nicht vorbereitet. Nein, bin ich nicht. Bin ich wirklich nicht. Aber wenigstens, wenn wir es finden, das wäre doch schon mal top. Ne, oder? Ja. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Oh, das eigene Ende. Hoffentlich ist es nicht so weit weg. Hoffentlich nicht. Ja, was haben sie noch geschrieben? Ja, ich komme jedes Mal wieder vom Thema ab. Ne, das ist nicht normal. Geschrieben hatten sie noch. Ja, viel Kuschelrock und sowas. Ne, also die Musik und so. Und jedes Mal, wenn es dann richtig knisternd wird, dann setzt irgendwie, keine Ahnung. So, das erstmal da rein. Setzt irgendwie, halt da ist die Kohle. Setzt irgendwie, äh, so, so, äh, eine ganz komische Melodie ein. So von wegen, ähm, Violin und so, ne? Glaub ich, waren das? Haben sie geschrieben gehabt. Und, ähm, ja, jeder Arztroman hat mehr Erotikpotenzial und so weiter und so fort. Also, kommt, wenn ich Erotik sehen möchte, dann gucke ich mir Softporno an oder sowas in die Richtung, ja? Oder, äh, irgendwie, äh, Frauenkanal. Wobei ich das eigentlich weniger mache. Gelegentlich. Ähm. Muss ja, ne? Ich habe ja auch eine Frau im Haushalt und, naja, egal. So, ich hoffe, dieses Feuerzeug war jetzt nicht so laut wie mein Zippo. So, oh, wir haben noch 30 Level. Das, äh, würde ich jetzt ungern irgendwie verballern und, äh, so, oh, wir könnten mal gucken, dass wir noch ein Schwert verzaubert bekommen. Noch ein Schwert, ja. Gucken wir mal, dass wir noch ein Schwert verzaubert bekommen. Entschuldigung. Vielleicht sogar mit Looting oder so. Ähm. Gibt es mal Akte? Sind wir auch noch drin? Okay. Dö, 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 dö. Attacke. So. Verzaubern wir mal noch ein Schwert. Vielleicht kriegen wir dann Looting drauf oder sowas. Ich hoffe doch. Rückstroß oder... Rückstroß. Rückstoß hätte ich ungern drauf. So wie jetzt hier auf dem, ne? Schärfe und Haltbarkeit ist ja super. Aber Rückstoß ist schon ein bisschen doof. Okay, bei den Creepern hilft's. Rückstoß. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Okay. Gut, dann kommst du mal da ran. Was haben wir hier? Schutz und Effizienz. Äh. Ne. Lassen wir das erstmal da rein. Hm. Ist ja das Doofe. Mittlerweile. Wenn ich jetzt hier das Schwert verzaubern möchte, muss ich ein anderes Item zwischendrin reinlegen. Zwischendrin reinlegen, so. Drei Erfahrungspunkte, ja. Ne, 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 ne. Das mach ich jetzt nicht. So, okay, gut. Dann machen wir uns erst mal noch ein paar Enderaugen. Und, ähm. Ja. Dann. Ab. Auf die Suche. Zum Ende. Ha. Ich bin mal so begeistert. Die Musik.